Hey Leute, im Laufe der Jahre kann die Gesundheit bei uns Männern manchmal ganz schön nachlassen und dann braucht man einfach mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Falls ihr gerade sowas durchmacht, keine Sorge, ihr seid nicht allein. Aber glaubt ihr, dass Libonex euch dabei helfen kann? Passt auf! Wegen der großen Nachfrage nach Libonex gibt es viele Hersteller und Verkäufer, die das Zeug gefälscht verkaufen. Die haben dann nicht die richtigen Inhaltsstoffe oder die Technologie dahinter. Und das kann echt gefährlich für eure Gesundheit werden. Ihr findet Libonex vielleicht sogar auf Seiten wie Amazon oder Facebook. Aber das Originalprodukt gibt es nur auf der offiziellen Website. Forscher haben kürzlich ein verstecktes Organ der Männlichkeit entdeckt, das sich Endotel nennt. Dieses Organ ist der Schlüssel, der den Blutfluss im ganzen Körper reguliert. Es unterstützt die Herzgesundheit, gesunde Entzündungen und natürlich auch Ausdauer und Männlichkeit. Mit dem Alter wird das Endotel leider schwächer. Libonex ist eine innovative Formel, die die Funktion von Libido, Männlichkeit, Ausdauer und Leistung unterstützt. Diese Ergänzung enthält eine beeindruckende Mischung aus seltenen Inhaltsstoffen, die das Endotel stärken und sicherstellen, dass das Blut überall im Körper hinkommt. Dadurch bleiben die Funktionen des männlichen Organismus erhalten. Nutzt die Ergänzung täglich und schaut, wie ihr euch fühlt. Je länger ihr Libonex nehmt, desto mehr Ergebnisse werdet ihr sehen. Deshalb ist es sinnvoll, sich einen Vorrat anzulegen. In nur wenigen Monaten könnt ihr die Gesundheit eures Endotels und damit eure Durchblutung verbessern und eure Männlichkeit zurückgewinnen. Libonex ist 100% natürlich und hat keine Nebenwirkungen. Achtet aber darauf, nur das Originalprodukt zu kaufen. Um sicher zu gehen, dass ihr eure Gesundheit nicht gefährdet oder euer Geld verschwendet, habe ich den Link zur offiziellen Website in der Videobeschreibung hinterlassen. Auf der offiziellen Website findet ihr mehr wissenschaftliche Infos und könnt Libonex mit einem großen Rabatt sicher kaufen. Je mehr Flaschen ihr kauft, desto höher ist der Rabatt. Wenn ihr also wissen wollt, ob Libonex wirklich funktioniert, ist die Antwort ja. Libonex wirkt und hilft, die Funktionen des männlichen Organismus zu verbessern. Tausende Männer weltweit sind mit den Ergebnissen zufrieden und kaufen gleich mehrere Flaschen. Da Libonex in einer zugelassenen Anlage unter strengen Standards hergestellt wird, braucht jede Charge eine gewisse Zeit zur Herstellung. Das bedeutet, die Nachfrage kann das Angebot übersteigen. Wenn ihr euch also für Libonex entscheidet, solltet ihr schnell sein, bevor alles ausverkauft ist. Das Beste daran, die Hersteller bieten eine Geld-zurück-Garantie, falls ihr nicht zufrieden seid. Ich hoffe, ich konnte eure Fragen klären. Den Link zum sicheren Kauf auf der offiziellen Libonex-Website findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.